hallo leute willkommen bei pro bro lifestyle und heute möchte ich jemand vorstellen und zwar ist es so pro bro lifestyle ist mehr als nur ein youtube channel pro bro lifestyle ist eine bewegung und eine bewegung passiert mit menschen wie euch und ich hab's mit mich schon angekündigt wir sind daran ein team zusammenzustellen und ich bin sehr sehr stolz und wir sind sehr stolz unsere erste pro broathletin vorzustellen miss fitness schweiz kann man sagen es ist in der schweiz hat sich schon ein name gemacht vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren leuten vor hallo leute freut mich dass ihr hier seid ich bin die anja aus der schweiz und ich freue mich riesig auf die zukunft mit mich schon patrick es wird ganz geil es kommt das ganz geiles ab euch zu und ja ich freue mich in diesem geilen team aufgenommen zu werden ist natürlich stolz drauf wir sind hier gold's gym wenn es für das was wir vorhaben genau und ich sage euch folgendes dazu diese frau hier hat sich in der schweiz schon bereits sehr großen namen gemacht pro bro lifestyle steht für qualität und ich und mischa bürgen für diesen namen weil sie steht für qualität für die frauenwelt und sie wird euch natural bodybuilding fitness lifestyle und auch healthy food den ganzen lifestyle zeigen von einer ganz von einer ganz anderen seite es wird ein next level geben und ich würde fortlagen gehen jetzt einfach mal ins training es wird ein q & a folgen auf mich das channel und dann kannst du mal auch dich ein bisschen vorstellen leuten mich wird dir ein paar gute fragen stellen eins sei gesagt sie ist neu von der schweiz hier nach l a gezogen dennis bisch das heißt es wird einiges auf euch warten und wir gehen jetzt ins training bis später das geht's es ist es ist alles war Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen, von einer ganz anderen Seite. Kiss Kiss, Bang Bang Untertitelung des ZDF, 2020